Mein Name ist Petra Thaller, ich bin die Gründerin von Outdoor Against Cancer. Outdoor Against Cancer steht für Prävention, Therapiebegleitung und Restitution. Wir bieten Krebspatienten Sportprogramme an, wo gesunde und kranke Menschen gemeinsam in der Natur draußen trainieren. Und es gibt weltweit über 2000 Studien, die sagen, wenn du dich während einer Krebstherapie bewegst, hast du weniger Nebenwirkungen, dein Immunsystem ist stärker. Und wenn du diese Bewegung auch noch in der frischen Luft, in der freien Natur machst, dann geht es dir einfach wirklich viel besser. 2015 habe ich selbst die Diagnose Brustkrebs bekommen. Es war natürlich anfänglich schon ein Schock und es ging mir nicht so wirklich gut dabei. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass mir die sportliche Aktivität, das, was ich ohnehin schon immer getan habe in meinem Leben, sehr gut getan hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chemotherapie in mir drin habe, dann ist mein Immunsystem geschwächt. Gehe ich jetzt in ein klimatisiertes Fitnessstudio, schwirren alle möglichen Viren, Bakterien, schwirren da durch die Luft und das Infektionsrisiko ist deutlich höher. Warum dann nicht raus in die Natur? Ich habe mich ja mein Leben lang mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Der Sportler macht man das ja automatisch, dass man so guckt, was ist denn für meinen Körper gut. Und irgendwann schon sehr früh habe ich gelesen, dass Enzyme heilungsfördernd sind. Und als mir dann im Rahmen meiner Krebstherapie die ergänzende Enzymtherapie empfohlen wurde, habe ich natürlich ja gesagt. Und bei mir ist es wirklich so, ich war halt nie krank. Ich musste keinen Chemozyklus aussetzen. Ich habe Sport gemacht, ganz klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Enzymtherapie auch dazu beigetragen hat, dass meine Nebenwirkungen einfach deutlich geringer waren. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir jetzt wünschen, dass jeder Mensch, der in so einer Krise wie einer Krebserkrankung ist, ein Umfeld hat, das ihn dabei unterstützt, rauszugehen. Deshalb ist unser Motto Outdoor Against Cancer hilft Menschen über den Berg. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!